Achso anscheinend ist der Boden dann heiß Autsch... Autsch... Was kriegst du aufs Maul dafür? Wieso stirbst du? Und zwar genau jetzt a... Hups! Scheiße, jetzt war wohl im Final Nein! Was musst du denn da machen? Was denn da ist das... Ja, muss man... Ehrlich? Ich hab doch! Also nochmal... Leertatte... Zack! Und... Ah, so geht das! Was kommt jetzt? E! Scheiße, vertippt! Und nochmal... Space... Zack! Und dann E! Und BAM! Rest in Peace! Ah! Vader glaubt er hat dich... Doch ich spüre die Zukunft Vader wird nicht immer dein Meister sein Ich spüre nur... Mich... Nein! Nein! Okay, das war der erste... Das erste Level... Meister Kota ist tot? Ja! Sein Lichtschwert! Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden! Kastamparatus ist viel stärker als du! Ich erwarte nicht, dass du überlebst! Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher! Der Imperator! Ja! Nur gemeinsam können wir ihn besiegen! Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister! Unglaublich! Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Korosan! Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern! Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen! Wir gehen Droiden zum Sterben hin! Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht! Das mache ich! Aber es gibt nicht viele Lichtungen! Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen! Ja! Bis jetzt fällt mir das Spiel echt sehr gut! Ich gehe auf eine E-Krido-Umlaufbahn zurück! Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebsgarn finden müsst! Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrott-Tempel erreichen können! Viel Glück! Das machen wir erst im nächsten Part! Bis gleich! Ciao! Okay, es geht weiter mit Star Wars The Frost Unleashed! Yes! Ich mache es mal ein bisschen lauter! Weißt du was? Achso, ich habe Machtpunkte! Okay, setze ich gleich ein! Aha! Blitz! Cool! Öp öp öp! Was geht? Was ist das? Irgend so ein antikes Zeug! Glaube ich immer! Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebsgarn zu gelangen! Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Oder muss ich es so machen? Ne, es beginnt auch nichts! Okay, dann... Muss ich wahrscheinlich befreien, irgendwie! Oder... Ne, ich muss es freispringen! Verstehe! Ach, die Macht ist leer! Ich will das aber mitnehmen! Mensch, egal! Okay, die sind da Feinde! Was? Zirke Schiff zum Spalten! Na, cool! Achso, wer hat das da? Ups! Ups! Ah, okay! Was ist hier? Ich sollte nicht so viel Zeug angreifen! Das kann schädlich sein! Bauherbrücken, indem wir mit einem abgriff Schwere Objekte aus dem Giftigen... Ah! Das ist cool! Nice! Okay, das soll aber nicht so hoch sein! Ich soll ja auch noch drauf kommen! Ich verstehe, das denkt sich... Die Empfangebruchstücke rhodianischer Kombinationen... Ihr nährt euch einer Abbergungsoperation! 10.000 Machtpunkte verdient! Komm schon schneller! Ich kümmere mich darum! Jetzt wieder nach oben! Komm ich dir überhaupt noch hoch? Ja, mal schauen! Ja, komm ich! Ja, komm ich! Na, was ist jetzt jeder für Wesen? Kann man euch greifen? Ich will nicht greifen, ich will dich greifen! Ja! Autsch! Und weiter geht's! Was ist denn das? Ach so, jetzt sind wir da! Oh, das ist ein anderes Teil! Muss ich es angreifen? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll! Äh! Glocken! Was Plündercliffs zerstört! Muss ich vielleicht das teilnehmen? Und da raufschmeißen! Ups! Nein! Nein! Ich glaube nicht! Hihihi! Na, teuer! Jetzt! Was mache ich hier? Was soll ich damit machen? Ich kann's nicht befreuen! Oder muss ich mir gedulden? Oder muss ich mir gedulden? Nee! Ah! Keine Ahnung, was ich gemacht habe! Ich habe das jetzt irgendwie angegriffen mit diesem... mit dieser... mit dem Machtschub! Okay! Das muss man anscheinend bei jedem Ding machen! Dann passiert noch was! Und dann passiert irgendwas! Nicht wahr, du fliegendes Tyler! Ich spiele mal ein bisschen mit dem... Ups! Nein! Ich wollte es doch verwenden! Och Mensch! Ich kann fliegen! Jui! Moment! Ich muss husten! Okay! Hm, wie kommen wir da hoch? Müssen wir wieder irgendwas platzieren? Oder kommen wir da so hoch hoch? Ja, man kommt so hoch! Ha! Was ist da draußen? Nein, das geht nicht so... Oh ja! Wo muss man das jetzt machen? Und BAM! In your face! Ich dachte jetzt... Ich dachte jetzt das Spiel wieder aufgespürzt... Weil da passiert das... Moment! Ich muss meine Haare geschehen... Ich muss meine... Okay, die sind da bei meinem Headset so... Drumherum gewuschelt... Okay, weiter geht's! Nur noch eins... Jetzt juckt's mich da... Ist nicht da unten, sondern... Am Arm... Ich find das lustig... Nein, nein, nein! Weg, weg, weg! Ich schwebele in Star Wars... Oh yeah! Hä? Wie komme ich da rüber? Jetzt muss ich da heben... Okay, ich glaube das ist die maximale Höhe... Und wenn nicht, dann eben nicht... Okay, dann geht's da lang... Ah, cool! Ich he... Erhebe dich! Plattform! Mann! Ich muss meine Maus dauernd hoch und runter tun... Damit sich das Ganze hebt... Was sind das? Oh nein! Jetzt schließen welche auf mich! Verpisst euch! Ich muss mich da weg... Ey, hier... Musik, der zwei... Nein! Nein! Ich verbrenne... Es ist zu lang... Scheiße, scheiße, scheiße... Wieder schnell hoch... wo sind diese spaßten sie sind das sind sie hey was habe ich gemacht habe ich das zeigeben alttage bewegt das ist real gemacht ey der kreischt da vergewaltigen die ein mädchen das muss höher sein vielleicht gehts dann weiter nein 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 aus menschen wo ist das lang ich weiß nicht wo ist das lang muss da wieder was heben egal jetzt laufe ich einfach durch die lava ach das teil muss man da heben ich laufe jetzt einfach durch was zum das verdreht sich da oh gott ich bin blöd jetzt sterbe ich ja ist doch nur laufe ist doch harmlos und jetzt muss ja alles neue von vorne machen bullshit nehmen muss ich doch muss ich ja muss ich scheiße okay alles neue von vorne weil ich so blöd war und den weg nicht gefunden habe ist das scheiße ihr werdet einen weg finden müssen um durch den hyperantriebskarten zu gelangen ist dort irgendetwas woraus ihr einen behelfsmäßigen sprengsatz machen könnt in your face ich unterbreche mal kurz die aufnahme bis gleich und da bin ich wieder ich mal sofort nach rechts weg damit es braucht keiner springen gleiten feinde abknallen ah scheiße aber das sind das feinde ja das sind feinde geh weg geh weg hä ok kriegen die eben so aufs maul die weite weite ist denn da ich weite oh ha egal ich habe es gerade zwei erlöscht bin ich gut das ist giftig das ist nur schlamm aber solange man da nichts trinkt vielleicht man darfst nicht kein leben es sei denn es ist hoch ätzend